Herzlich Willkommen bei MML Production, Rainbow Six Online. Leider wie immer noch die gleiche online, die gleiche dabei, ist der Dennis. Servus Dennis. Servus. Und unser überkreisster Typ, überhaupt, der Capcom-Meister Jonas. Gute Abend. Und, da würde ich mal sagen, beginnen wir mal wieder mit einer Runde. Easter. Okay. 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 Match beginnt. Yeah. Okay. Wehe, jetzt gewinnen wir nichts. Nur Abend, Michi. Okay. Wer ist denn der, Michi? Nicht. Natürlich. Keine Ahnung. Der Depp. Er ist nicht im Mungo. Hallo. Capcom. Jo. Ist da. Hallo, Depp. Oh, Jäger mal lieber. Jonas, hast du da jetzt schon Ding geholt? Ghost Recon? No. Er hat schon PS4 verkauft? No. Also, ich hab jetzt noch genau, bis zum 31. März 2017 noch genau, 35 Euro. Also, spendet fleißig. IBA-Nummer ist DE 0078 3469 348. Genau. Oh, Iban geht viel länger, gell. Ich weiß gar nicht, 15 oder so, gell. Jonas, willst du sofort überweisen von mir? Äh, jetzt schicken wir das Geld einfach an 76833. Siebe Dinge. Genau. Besuch den einfach. Oh, die Strohs sagst du jetzt nicht, Kappa. Am besten so ein Benjamin, der muss den auch. Was haben denn Benni? Benni, guck mir zu, der hat ke Zeit, der muss puzzeln. Ey, mach mal die Wenz so, alle, die sind AFK. Was ist mit dem Jonas? Na, was ist mit Ben? Der ist ein Puzzler, der hat gezahlt. Nein, es ist richtig. Es bleibt 10 Sekunden. Nein, es ist da. Die Gegner haben den Mio-Gefahrgut behält. Alter, die scheiß Switch-Drohne hat das Ding doch kaputtgeschlossen. Gibt gut. Machen wir das Ding jetzt, du Mann. Verliere mal, bitte. Das ist echt so, wie viel hier aufer ist, man. Vielleicht ist die nicht immer. Verrück ich, Leute, alle. Egal, wo du bist, alle, ich verrück. Ja, dann wird's an dir, Leche. Ja. Ja. Wird schon was markiert. Ich hab schon einer called. Ah, da kommt einer. Holy moly. Holy moly. Da, geißte. Da kommt einer, glaube ich. Da. Sorry. So. Da ist noch einer. Weil du eine echt. Na jo. War, Mutti zäun ist leer. Ich hab ihn. Da ist noch ein Moton hier, gell. Nein, da war noch einer. Alter, wo sind die ganzen anderen Leute von uns? Achtung, da sprengt das Ding von dem Mera hoch. Die sind schon drin, ne? Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Das ist der Montanje. Hallo, der Montanje. Und was war'm noch Sinn, da? Geh mal hier. Hopp. Ich bin auf die Montanje. Ja, ja. Ich bin auf die Montanje. Ich bin so zu weit. Hopp. Das wäre eine Packe. Ja, da kommt schon ein Nitro in dir. Hopp. Michi, geh mit. Michi, geh stein. Geh einer links, einer rechts. Alter, wenn wir jetzt verlieren, ich geh aus der Rundraus im Monk. Ja, wir gewinnen. Jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Wenn man einen Move gemacht hat und beide gegilt hat, Alter. Dann wäre aber vorbei, ja. Der hat ihn sogar gut. Ich glaube, wer auch den Assist kriegt, oder? Ja, ja. Ich hab acht, zwei Assist. Äh. Was ist denn da? Hopp. Vielleicht gewinnen wir jetzt. Aber dann liegt es nur an mir. Na so. Was? Wie immer. Geht mit Ton. Mal hört die andere. So. Ah ja, geht mit Ton. Was sagt das? Der Leutner. Der Leutner guckt uns zu. Ach du lieber Gott. Alle Leutner, hat er es. Leutner. Leutner, hast nichts Besseres zu tun, als uns zu gucken. Das ist dann beschwert. Der Leutner. Ah, ich muss, Jonas muss dich enttäuschen, da kommt nicht, geil. Den Standort des Bio-Gefahrgut. Gebet's doch. Ja. Schade. Aber der Benjamin kommt. Ja. Nicht. Soweit. Freddy, go kurz zu. So, weil, solange es genug Alkohol gibt, bin ich. Ich mache alles Bums. Ah, schon. Schon das echt so. Jo, die sind ja doch. Oh, die sind ja wieder doch gleich. Äh, was bin ich denn? Da kann ich hier wieder rausgeschicken. Ich habe erstmal ein paar Punkte gegönnt. Ja. Oh, Disco. Alle, Disco geht ab. Achtung, guckt ein Frenzstamm. Oh, ich wurde entdeckt. Okay. Ich wurde entdeckt. Wurde einen Schutzzweck holen. Schau, Benner. Wo kommt denn da raus? Ja, Schau, Benn, nicht, Alter. Ja, die Cavera. Ich habe der Assist gekriegt. Warte, die Cavera ist noch draußen. Links, links. Links, Jonas. Gar nicht draußen. Jonas, ganz gut. Ja, ich bin gar nicht draußen. Ey, Jonas, was für Wissier ist denn das, was du drauf hast? Ja, nun. Oh, da gesagt, die Cavera ist draußen. Ey, wo ist denn hier die Cam? Wer die ganze Zeit entdeckt? Ist einfach hässlich. Darum wirst du entdeckt. Ja, was für Wissier ist das jetzt, Mann? Weiß ich nicht. Was bei mir? Jonas, ich bin schon wieder entdeckt. Ja, dann zuhau, die Kerne. Du musst doch irgendwo rumhängen, du Schock. So, dieser Mongo. Was ist das? Was ist das? Nein, ich bin auch immer entdeckt. Jonas, kein Motor. Nein. Ja, du hast geile Techno. Ja. Jonas, geh mal an die Pater. Könnt ihr mal einen Cocktail, Daler? Ich bin auf der Achte. Jonas, geh zu. Ich bin gerade von Algo geholt. Oh, hinter dir, hinter dir. So kam einer raus. Der ist draußen, gell? Der hat mich fast geholt. Warte mal. Du guckst jetzt nur hier drauf, ja? Auf mein Ding, du, ja? Drohne. Der liegt hier. Das kleine Ding sieht doch eh keiner. Ah, da ist einer. Kommt er da? Nein, der ist drin. Der liegt da. So, warte mal. Ja, geh weiter, geh weiter. Kommt keiner, kommt keiner. Wo du deckst. Ja, geh doch. Kommt keiner. Also, drin liegt keiner mehr. Geh. Warte mal, ich verbringe. Da ist Kammer in der Haus. Ne, leg doch, stell doch die Drohne irgendwo da her. Ja, da ist keiner. Ja, wo? Der ist da ums Eck. Jetzt, lass ihn da stehen. Lass ihn einfach da stehen jetzt. Lass ihn da stehen. Hier. Ja, nee, nicht da, nicht da. Weg, weg, weg. Ja, nee. Nee, stellst du noch ein bisschen weiter. Ja, lass ihn da stehen. Doch, jetzt mach ich mal hier. Jetzt ist er weg. Geh von hinten. Er kommt, er kommt raus. Achtung, er sieht meine Drohne. Ich markiere nicht. Jetzt mal, ich markiere. Da ist noch einer. Da ist einer ums Eck, gell? Ja, ja. Hände sie die Drohne? Ich hab beide markiert. Ne, die Drohne hat sie noch nicht. Ganz schnell. Der ist jetzt genau links ums Eck. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Okay, der einer kommt wieder an der Tür. Noch einer vom eigenen Trupp. Bin tot. Ich hab markiert. Es bleiben noch 15 Sekunden. Habt du mich nahe? Habt nahe. 10 Sekunden. Aber schuldig, er steht links so ums Eck. Links, links, links. 5 Sekunden. Hattet. Nein. Nein, hätte ich den Shot gar nicht beide geholt. Alter, wie immer. Dem sei schuld war es wieder, ey. Aber die waren beide drin. Ja, in was vom Loch waren sie drin? Da ist Depp hier. Hine, warte. Im Ohr. Bei dir hinter, Depp. Nase Loch. Was bei mir? Na, ich kann die Zeit. Na je. Ah, ich habe zu machen. Ich habe zu machen. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahr-Gut-Behälter gefunden. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahr-Gut-Behälter logisiert. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. Alter, krasser Tipptor auf dem Bowling-Tisch. Gelber, die haben dort gestartet. Ach, da schießt alle. Kugel kaputt. Ah, ich bin schon Kulder. Achtung. Kulder. Ich habe mir aber angehitet. Wer das Assist kriegt. Assist Easter. Da. Confused. Let's go. Achtung. Das ist offen. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Pass auf, geil. Ah, da hat ihn. Er ist Twitch, da. Nein! Achtung, rechts, rechts, rechts. Er ist da, Hutten. Achtung, da kommen noch zwei. Also der eine ist, der eine ist auch noch angehitzt. Ah, die Twitch. Ich glaube, die müssen nach vorne. Ah, der eine ist verwundet, gell? Da sind sie. Ja, der verreckt eh, glaube ich. Geh einfach hin. Ja, der verreckt, glaube ich. Nur noch ein Gegner übrig. Nur noch ein Gegner übrig. Oh. Ah, die im Beschuss. Äh, ich würde ihn ver... Lass ihn verrecken. Warte, jetzt ist er weg. Warte, warte einfach. Warte einfach. Die müssen dann kommen wir wieder. Oh. Boah, Alter. Ey, wo hat er gewusst, dass ich du bin? Alter, Schwede. Wie soll er das gewusst haben? Guck mal, mit einem Schuss, ey. Na jo. Headshot. Wie hat er das gewusst? Was ist denn da? Hä? Da hätte ich es ja was eingekenne. Alter, wie der Müller sei ich. Alter, nett. Ah. Bin ich enttäuscht. Ich auch wieder. Bin enttäuscht von der. Na, probieren wir mal den Mungo Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden Ah ne, ich bin wieder aufe Liegst du wieder aufe? Ich bin aufe, ja Ich such gerade den Eingang Oh, ich hasse es, Alter Warte Ich weiß, wo sie sind In der Küche Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert Okay Zehn Sekunden bis Einsatz Einsatz in fünf Sekunden Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter Und diesen sichern Was kann denn das Schild? Ah, die schießen schon alles kaputt Ah Kommen her Ich wurde entdeckt wieder Wo ist denn die Cam alle? Da ist wo sie ist Gucken wir mal wieder nach hinten Ich geh klar nach hinten, warte mal Alter, Mande Schon wieder draußen Alter Wie ich wieder dumm schult war Guck, da läuft schon wieder an der Trasse rum Alter Wulfmantle Ey, Alter Scheiße Die scheiß Cavera, Alter Schon wieder Ah Ich weiß auch, wo die Cam jetzt ist Ey, da hinten, pass auf die Cavera Nein, links, links kommt die Geh da vorbei Geh da vorbei Und dann lauf links Und dann lauf links Und hol die Cavera Wo ist die? Links, 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 links Gucken, links, links Hier kommt von links Da wo ich lieg Und da hinten oder was? Ja, muss ich gucken Und dann geh rechts Und da ist Da kommt sie irgendwo raus Da Wulfmantle Draußen entdeckt Achte, ich glaub die holt dich Na Ah, da einer ist hinter dir Okay Na, ich geh Na, ich geh Na Mach die Spezialfähigkeit Wenn einer siehst Dieses blöd Dann haben wir nicht geblendet Hä? Alter Ja Die war Nein, die war links Von dem Die war doch hin Am Arsch der Welt Gelächelter Vollidiot Ey Die Die Verzählte voll Die ist der Top Co. Der wird jetzt erstmal gemeldet Hurensohn Ist der Ja Dieser Dieser Dressnode Der ist auch traurig Eigener Druck Neutralisiert Oh Alter Den ist alles dein Schild Wollt ich mal gewinnen noch eine Runde? Ich glaub ich muss mal aufhören als eine Aufnahme Hör 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 Hast du gesehen wie sie geholt hat mit meinem Schild noch? Jo Wir gehen erstmal für diese Runde raus Also lords Peace out Wir sind raus gia